Herzlich willkommen in der neuen Algon-Niederlassung in Polk-Oberbach. Ich möchte Ihnen jetzt einmal die Highlights unserer Niederlassung vorstellen. Kommen Sie mit! Als erstes Highlight ist unser großer Showroom. Wir teilen den Showroom auf in eine Landini-Seite, weil die Argo Traktors vertreibt ja die beiden Marken Landini und McCormick. Und hier haben wir die neuen Modelle von Landini und auf der linken Seite haben wir die Modelle von McCormick. Und wir werden in Zukunft hier für unsere Kunden und für unsere Händler alle Modelle verfügbar haben, alle neuen Modelle. Aktuell haben wir sogar eine Neuvorstellung. Das ist unser neuer X6. Das erste Mal in Deutschland zu sehen. Da hinten haben wir unseren neuen X7 Short-Wheel Base. Also wunderschöne Traktoren für den deutschen Landwirt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine Rezeption. Wenn die Kunden ankommen, sind hier freundliche Menschen und nehmen die Wünsche der Kunden entgegen. Was wir zum Beispiel hier auch neu haben, das haben wir vorher nicht gehabt. Wir haben ein sehr modernes Ersatzteil-Lager. Kommen Sie mal mit. In dem Ersatzteil-Lager haben wir sehr moderne Lüftanlagen drin. Das sind Anlagen, die haben jeder oder beide zusammen 190 Quadratmeter Lagerfläche, sehr modern, alles elektronisch gesteuert. Sprich, der Kunde kommt an die Theke, führt seinen Ersatzteilwunsch aus und dann können wir von der Theke aus dieses Regal ansteuern und ein Laser zeigt uns dann punktgenau auf das Ersatzteil, das der Kunde benötigt. Unser Betrieb hat auch eine sehr moderne Werkstatt. In unserer Werkstatt können wir alles, was der Landwirt für die Zukunft benötigt, reparieren, nicht nur unsere Traktoren. Heute stellen wir gerade unseren Händlern in der Werkstatt mit interessanten Vorträgen unser Produktprogramm vor. So, dann gehen wir weiter. Von unserer Niederlassung aus beliefern wir unsere Händler in Deutschland und in Österreich nicht nur mit Ersatzteilen, sondern auch mit Maschinenkomponenten. Wie Sie hier sehen, wir haben hier Frontkraftheber, wir haben hier Gewichte, das heißt die Kunden können für uns einen fertigen Traktor bestellen und wir komplettieren diesen in unserer Werkstatt. Was natürlich nicht fehlen darf in einer Niederlassung des Herstellers, das ist ein Schulungszentrum. Hier haben wir auch hochmoderne Schulungstechnik. Wir können hier einen kleinen Technik-Trainingsraum, der ist jetzt leider heute auch belegt. Dann haben wir einen großen Schulungsraum, den können wir bestuhlen mit Tischen für 45 Leute und mit Stühle für 90 Leute. Wir haben hier modernste Präsentationstechnik, Beamer-Technik, alles was man für eine moderne Schulung aktuell braucht. Ein weiteres Highlight unserer Niederlassung ist der Catering-Bereich oder wir nennen es auch Launch. Diese Launch nutzen wir für unsere Schulungsgruppen, für Catering oder wenn wir Besuchergruppen haben. Die werden hier von uns bewirtet, einen Kaffee trinken und man kann hier wunderbar auf den Showroom, auf die schönen Traktoren von McCormick herabsehen. Dann haben wir hier im Obergeschoss noch weitere Besprechungsräume, unsere Verwaltung, unsere Büros. Großzügige Büroräume, dann haben wir noch Besprechungsräume. Es ist unser sogenannter Denkraum, Teambesprechungsraum. Hier entstehen viele Marketing-Ideen, die unser Team dann selber entwickelt und ausführt. Vielen Dank, dass Sie den Rundgang durch unsere Niederlassung gefolgt sind. Und wenn Sie unsere Leistungsfähigkeit näher kennenlernen wollen, sind Sie jederzeit willkommen in unserer Niederlassung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.